Bei Herrn Müller wurde schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Mit einer Operation konnte das Melanom vollständig entfernt werden. Dennoch können einzelne Krebszellen unbemerkt im Körper verbleiben und die Erkrankung kann wiederkommen. Moderne unterstützende Therapien können dieses Risiko senken. Eine davon ist die Immuntherapie. Mehr über die adjuvante Immuntherapie und wie damit das Rückfallrisiko gesenkt werden kann, erfahren Sie in unserem Video.